Würden sich die Warrior mal bequem zu helfen? Ich bin jetzt gerade gewillt, nochmal neu zu starten, weil ich den Tempel verloren habe. Ach Vampire, warum müssen jetzt auch nur Vampire kommen? Ja, jetzt kommt ihr alle aus eurem Löcher nicht vor. Die Royal Treasury ist fast ab. Meine Wurzeln ist nicht verabschied. Ich fühle mich, dass wir uns verabschieden sind. ich werde den tempel wieder aufbauen sobald mein palast auf stufe 2 ist das ist das was ich als nächstes angehen werde auf jeden fall immer wenn so eine meldung kommt spawnt sie truppen das ist ja nicht so schlimm ich hätte aber den palast längst upgraden sollen ich glaube das wird mir hier ein bisschen das genick brechen dass ich den ich gleich abgegradet habe das wird jetzt eine ganze weile dauern bis ich das geld obwohl es geht das hauptproblem ist halt einfach dass meine vor wir ja nichts machen wollen ich meine selbst meine ich werde wahrscheinlich auch meine schmiede verlieren noch ein vampire noch ein vampire ok das war ein toll wie gesagt ich glaube das ist jetzt das problem ich habe ich hätte den mark den äh das castle gleich am anfang upgraden müssen vier heiler raushauen castle upgraden und dann erst mich aufbauen das ist lustig der vampire ist machtlos gegen das guard haus noch ein guter treffer und er ist tot natürlich nur wenn das guard haus die feuer stirbt das ist jetzt nicht euer ernst oder das ist der ihr ernst sie werden es nicht hinkriegen den palast abzugraden weil sie hat doch sie graden den palast auf gut so das heißt ich könnte jetzt theoretisch den aquella tempel hier neu aufbauen und ein dauerhaus tempel das könnt ihr vergessen ich werde das tor auf dem settlement finden das ist auch praktisch dass wir hier eine warrior gilde finden das heißt ich spare jetzt auf den dauerhaus tempel und dann haue ich hier paladin dauerhaus tempel kostet 1500 ungefähr das heißt das was da drin ist müsste reichen um den dauerhaus tempel vorausgesetzt meine tollen steuereintreiber schaffen es irgendwann mal das geld da abzuholen der da zum beispiel das reicht schon für den dauerhaus tempel jetzt hoffe ich auch nur dass jemand hin auch die sind alle da drüben oder was die sind tatsächlich alle hier drüben da kommt wieder eine untote horde das ist das blöde problem mit den außen settlements in dieser mission brauche ich sie halt weil ich vor allem die schmiede brauche genau dauerhaus tempel bauen ein graveyard und jede menge und tote baut den dauerhaus tempel schnell auf ich brauche hier oben paladine mönche werden auch nicht schlecht ob es jetzt brauche ich da ein warrior dabei wollte ich nennen paladin das war mein zweiter greller tempel ja und die agrellas verziehen sich alle sehr toll wie gesagt es war ein fehler dass ich nicht gleich mein palast abgegradet habe das hätte mir so viel helfen können ich glaube gerade das ist einer der gründe warum ich die agrellas hatte ja die untoten sind nicht stark es ist noch viel zu viele ich bin echt gerade versucht neu zu starten aber ne ich krieg das irgendwie noch durch jetzt da wir paladine haben können und die sowieso recht stark sind die paladine kann ich einfach nur mal jetzt das beste hoffen so marktplatz ist verbessert ich brauche hier dringend eine guard house warum sind jetzt ja auch einmal koblins auf der durchreise okay meine ranger sind beim erkunden das ist gut wie gesagt ich würde jetzt langsam gerne das dwarfen settlement finden aber das dauert dann wohl noch eine weile ach ja und dich nehme ich bitte von der steuerliste weg repariert werden musste noch aber besteuern tun wir dich mal nicht also dass viele untote skelette du hast mal zur abwechslung heiltränke das ist gut so jetzt hoffe ich mal dass irgendein text collector mal das geld aus dem marktplatz holt ihr hinesst Oh, ist das hier das Dwarfen-Settlement? Wenn ich Glück habe, ist das das Dwarfen-Settlement und das dürfte mich... Das ist das Dwarfen-Settlement. Dwarfen-Village. Da haben wir jetzt die richtige Verteidigung. Yay. Da können die Vampire nix gegen machen. Das Dwarfen-Settlement ist das Dwarfen-Settlement. Jo, das ist gut. Jetzt kann ich auch hoffentlich Ballistatürme bauen. Sehr gut. Ja, und die Zwerge... Hm. Ja gut, ich ersetze dich durch einen Paladin. Auf jeden Fall.